Hallo zusammen, mein Name ist Gerald und ich mache heute eine Fundamentalanalyse von Abbott Laboratories. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Money in the Box. Dieses Video dient nur der Unterhaltung. Es stellt keine Anlageberatung dar. Und jeder von euch ist natürlich selbst dafür verantwortlich, ob er Aktien eines Unternehmens kaufen möchte oder nicht. Außerdem bin ich aktuell nicht in das Unternehmen investiert. Zu Beginn jeder Analyse schauen wir auf die Basisdaten des Unternehmens und wir stellen uns die Frage, was macht Abbott Laboratories eigentlich? Abbott Laboratories ist ein US-amerikanisches Unternehmen und erfindet die Aktie unter der Wertpapierkennnummer 850103. Das Unternehmen beschäftigt rund 115.000 Mitarbeiter und das Geschäftsjahr entspricht auch dem Kalenderjahr. Und das Unternehmen ist weltweit tätig. Bekannt ist die Abbott Laboratories wahrscheinlich als Hersteller von Generika, aber tatsächlich geht das Geschäftsmodell weit darüber hinaus. Es bezieht sich nämlich generell auf Erforschung, Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Gesundheitsprodukten. Das Unternehmen ist dabei in vier Segmenten tätig, zuerst einmal in den etablierten pharmazeutischen Produkten, nämlich den Generika. Das bedeutet nichts anderes als die Herstellung von Medikamenten, für die der Patentschutz ausgelaufen ist. Außerdem hat das Unternehmen noch die Segmente diagnostische Produkte, Ernährungsprodukte und medizinische Geräte. Die große Frage bei Medikamenten ist natürlich, ob der Markt groß genug ist. Beim Produktspektrum der Abbott Laboratories braucht man sich darüber eigentlich keine Sorgen zu machen, denn sie deckt so ziemlich alle großen Volkskrankheiten ab. Und neben den Generika ist die Abbott Laboratories auch im Bereich der Diagnostik tätig. Mehrwert für ihre Kunden bereitet sie vor allen Dingen im Thema der Automatisierung von Laborsystemen. Sie unterstützt ihr Kundenklientel also dabei, ihre Leistungen vor Ort schneller und günstiger zu erstellen. Und das reicht bis zur Fernüberwachung von Selbsttests. Im dritten Segment konzentriert sich die Abbott Laboratories auf Ernährungsprodukte. Und auch hier ist das Spektrum extrem breit gefasst. Das reicht von der Babykost über spezielle Diätprodukte hin bis zur Ernährung über Sonden. Und außerdem hat sie noch spezielle Produkte für den Einsatz in der Landwirtschaft, der Tiermedizin und in der chemischen Industrie im Angebot. Abgerundet wird das Ganze dann durch das vierte Segment, nämlich die medizinischen Geräte. Und ich nenne hier exemplarisch nur mal die Krankheitsgruppen, Herzinsuffizienz, Herzkreislauf, Diabetes und Schmerzen sowie Bewegungsstörungen. Also man könnte zusammenfassend sagen, die Abbott Laboratories ist extrem breit aufgestellt. Interessant ist vielleicht auch, dass es ein Unternehmen gibt, das so ähnlich heißt. Das ist nämlich die AbbVie. Und beide Unternehmen waren bis zum Jahr 2013 unter einem Dach. Dann wurden sie aufgeteilt. Was die Abbott Laboratories macht, haben wir uns bereits angeschaut. Und was fehlt noch zum Glück? Ganz klar der Teil der Forschung. Und der ist bei der AbbVie. Diese Review befasst sich aber mit der Abbott Laboratories und die hat im Jahr 2017 die Stent Jude Medical für 25 Milliarden US-Dollar übernommen. Beim Blick auf den Wettbewerb befinden wir uns hier in der Sparte Healthcare Equipment. Und die Abbott Laboratories ist hier unangefochtener Branchenprimus sowohl nach Marktkapitalisierung als auch nach den Umsätzen. Gut 77,3 Prozent der Aktien befinden sich in festen Händen. Damit verbleiben für uns Kleine zum Handeln rund 22,7 Prozent. Und jetzt schauen wir uns das an, worauf ja wahrscheinlich alle wartet, nämlich die Unternehmenszahlen. Wenn sich Manager aus unterschiedlichen Unternehmen treffen, dann geht es als erstes immer um die Umsätze auf Englisch Revenue. Und die schauen wir uns jetzt auch an. Ganz kurz für die Neulinge unter euch. Herzlich willkommen. Ich mache immer eine 10-Jahres-Betrachtung grafisch aufbereitet, denn da sieht man auf einen Blick, was Sache ist. Und wir sehen, die Umsatztendenz geht aufwärts bis zum Geschäftsjahr 2022 auf 43,7 Milliarden US-Dollar. Das ist das Ergebnis des letzten Jahresabschlusses, aber der ist ja schon ein bisschen her. Und deswegen schauen wir uns auch die TTM, die Trailing 12-Month an. Das ist ein künstliches, rollierendes Geschäftsjahr, das sich jeweils aus den letzten vier veröffentlichten Quartalsergebnissen zusammensetzt. Wir müssen natürlich im Hinterkopf behalten, dass die Zahlenqualität bei den TTMs nicht ganz so gut ist wie die von einem richtigen Geschäftsjahr. Aber es gibt uns einen Fingerzeig, wo die Reise hingeht. Und auf TTM-Basis haben wir Umsätze in Höhe von 40,2 Milliarden US-Dollar. Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Wir haben bis 2016 kontinuierliche Steigerungen und dann einen großen Sprung in 2017. Und wir erinnern uns, in diesem Jahr war der Zukauf. Und das scheint sich ausgezahlt zu haben, denn das Wachstum hat sich bis 2020 deutlich beschleunigt. Und dann sehen wir, im Geschäftsjahr 2021 hat man so richtig den Booster gezündet. Was war denn da los? Wir alle wissen es, da war Corona und zwar weltweit. Und denken wir mal an das ganze Material und die ganzen Tests, die man benötigt hat. Natürlich hat die Abbott Laboratories massiv profitiert. Aber jetzt ist Covid-19 vorbei und es ist kein Wunder, dass diese Sonderkonjunktur zu Ende geht. Wenn wir jetzt aber gedanklich eine Linie ziehen von 2017 bis TTM, dann sehen wir, das geht ziemlich genau in einer Gerade weiter. Also ich finde nicht wirklich ein Grund zur Sorge. Und man weiß nicht, wie es weitergeht, aber am Horizont sehen wir schon die Anzeichen für Corona eventuell Next Level. Und das wäre natürlich der nächste Boost für die Abbott Laboratories. Lassen wir das einfach mal so stehen und jetzt gehen wir über den Zwischenschritt Gross Profit weiter zur Gross Profit Margin. Denn damit bekommen wir ein Gefühl für das Ergebnis der operativen Kerntätigkeit und auf TTM-Basis sehen wir eine Gross Profit Margin Höhe von 55,4% Ausrufezeichen. Wir sehen, dass die Gross Profit Margin etwas rückläufig ist, aber das muss man eingestehen auf wirklich hohem Niveau. Alle Großunternehmen kämpfen immer mit der Verwaltungskostenquote, also dem Overhead. Deswegen schauen wir uns jetzt die SG&A-Ratio an. Und wir sehen, dass die Abbott Laboratories langfristig hier sehr erfolgreich an der Overhead-Kostenquote gearbeitet hat. Aber auf TTM-Basis gibt es einen kleinen Rückschlag auf 26,7%. Und wir müssen natürlich im Hinterkopf behalten, Pharma- und Gesundheitssektor, da gibt es viel Regulatorik. Da ist es wirklich schwierig, ein schlankes Unternehmen zu haben. Deswegen schauen wir doch gleich mal, was unter dem Strich übrig bleibt bei Net Income bzw. Gewinn. Und hier sehen wir auf TTM-Basis 5,2 Milliarden US-Dollar. Und auch hier setzt sich das Bild von vorhin fort. Auf TTM-Basis wird auf TTM-Basis einen Rückgang, aber wenn man die Sondereffekte 21,22 Mal rauslässt, dann schaut das gar nicht so schlecht aus. Um jetzt ein besseres Gefühl vom Unternehmenserfolg zu bekommen, teilen wir einfach Gewinn durch Umsatz. Damit landen wir bei Return on Sales oder der Netto-Umsatzrendite. Und auf TTM-Basis sind wir immer noch zweistellig bei 12,8%. Allerdings sehen wir, dass in diesem Fall die Profitabilität leicht unter dem Niveau von 2020 liegt. So viel zum Business, aber eigentlich wollen wir ja eine Aktie kaufen und das ist nichts anderes als eine Beteiligung am Eigenkapital. Deswegen schauen wir uns jetzt mal die Entwicklung der Eigenkapitalrendite auf Englisch Return on Equity an. Und als erstes, die ist mit 13,8% auf TTM-Basis zweistellig und das ist doch schon mal was. Und außerdem, trotz Rückgang nach Corona, ist sie immer noch höher als im Jahr 2020. Für Anleger ebenfalls interessant ist die Entwicklung des betriebsnotwendigen Kapitals, des sogenannten ROCKE. Der liegt auf TTM-Basis bei 11,3%. Aber die Dauergäste wissen es schon, wichtiger als diese Zahl ist die Tendenz. Und wenn wir die Sondereffekte wieder so ein kleines bisschen weglassen, dann sehen wir, die Tendenz ist ganz klar aufwärtsgerichtet. Und natürlich gefällt mir das. Und wer sich für die Fundamentalanalyse interessiert, der hat natürlich Risiken im Blick. Wir beginnen mit den finanziellen Risiken und deswegen öffnen wir die Bilanz und schauen auf Eigenkapital und Fremdkapital. Und in der Bilanz der Abbott Laboratories finden wir auf TTM-Basis ein Eigenkapital in Höhe von 37,4 Milliarden US-Dollar und ein Fremdkapital in Höhe von 36 Milliarden US-Dollar. Als erste Abschätzung sehen wir schon mehr Eigenkapital als Fremdkapital. Aber die Dauergäste auf meinem Kanal wissen schon, was jetzt kommt. Denn jetzt schauen wir als Zwischenschritt auf die beiden wichtigen Bilanzpositionen Other Intangibles und Goodwill. Denn diese beiden Positionen durfte man früher wegen des Anlegerschutzes gar nicht in Bilanz und Eigenkapital einstellen. Und ich vertrete hier eine extrem harte und extrem anlegerfreundliche Sicht, die allen in den Unternehmen gar nicht gefällt. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Denn meiner Meinung nach haben wegen des Anlegerschutzes beide Positionen in einer Bilanz nichts zu suchen. Und deswegen rechne ich beide Positionen aus Bilanz und Eigenkapital wieder raus. Und damit landen wir beim Substanzwert. Und bevor wir jetzt weiter zum Substanzwert hüpfen, möchte ich diese Grafik benutzen, um euch eines der Probleme hier aufzuzeigen. Denn wie wir sehen, bleibt der Goodwill ziemlich konstant, während die Other Intangibles massiv abnehmen. Das lässt sich ganz einfach erklären. Während nämlich die Other Intangibles durch Amortization abgeschrieben werden, muss das beim Goodwill nicht erfolgen. Hier macht man jedes Jahr eine Werthaltigkeitsprüfung in einem sogenannten Impairment-Test. Und für diejenigen unter euch, die jetzt sagen, ja, das macht ja der Wirtschaftsprüfer, da kann ich mich drauf verlassen. Und jetzt muss ich einen Kindheitstraum zerstören, denn Achtung Kinder weghören, den Osterhasen gibt es gar nicht. Warum sage ich das? Ich gebe euch ein Beispiel. Bei Lumen Technologies, und hier reden wir über kabelgebundene IT- und Telekommunikationsinfrastruktur. Da hat man beim Impairment-Test innerhalb von zwölf Wochen festgestellt, man muss eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von über 8 Milliarden US-Dollar durchführen. Ich meine, kann passieren, die Frage stellt sich nur, was ist denn da die letzten Quartale bzw. Jahre passiert? Denkt mal drüber nach, dann versteht ihr wahrscheinlich meine Einstellung zu Impairment-Tests. Jedenfalls rechnen wir beide Positionen aus Bilanz und Eigenkapital raus und damit landen wir links oben beim Substanzwert. Und hier sehen wir auf TTM-Basis 4,3 Milliarden US-Dollar. Und rechts daneben sehen wir die Auswirkung auf die Quoten, denn wir haben eine Eigenkapitalquote von rund 51% und eine Substanzwertquote von rund 10,7%. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen genauer an, denn man muss ganz klar sagen, eine Substanzwertquote von um die 10%, das ist definitiv zu wenig. Aber schaut euch jetzt mal die Entwicklung des Substanzwertes seit 2017 an. Richtig, die Übernahme war auf Deutsch gesagt viel zu teuer und sie hat die Bilanz ganz schön beschädigt. Aber wir sehen, die Tendenz geht massiv aufwärts. Die Abbott Laboratories räumt ihre Bilanz auf und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich super. Und jetzt nehmen wir gleich das zweite finanzielle Risiko mit rein, nämlich die Liquidität und dafür schauen wir auf die Current Ratio. Und hier beginnen wir uns wohlzufühlen ab einem Multiple von 1,5 und auf TTM-Basis hat die Abbott Laboratories 1,6 und natürlich gefällt mir das. Das nächste Risiko für Unternehmen besteht darin, dass sie den Anschluss an den technischen Fortschritt verlieren und deswegen schauen wir uns jetzt die Reinvestment Rate an. Hier geht es um das Verhältnis CapEx zu Abschreibungen. Das bedeutet also, ob die buchhalterische Alterung des Anlagenbestandes durch Investitionen wieder ausgeglichen wird. Mein Benchmark ist hier, dass man langfristig die 100% erreichen sollte. Bei der Abbott Laboratories brauchen wir uns da keine Gedanken machen. Die investieren massiv in die Zukunft und natürlich gefällt mir das. Als nächstes schauen wir jetzt auf die wahrscheinlich wichtigste Einzelkennzahl überhaupt, nämlich den Free Cash Flow. Warum ist der Free Cash Flow jetzt so wichtig? Die Dauergäste können es schon runterbeten. Er ist nämlich ein Instrument der Innenfinanzierung. Das bedeutet, er stellt dem Unternehmen Zahlungsströme zur Verfügung und reduziert den externen Kreditbedarf. Außerdem ist er die Basis für Dividendenzahlungen auch nicht so ganz unwichtig und schließlich hat er eine gewisse Wahrheitsfunktion. Warum das? Er kann nämlich durch in Anführungszeichen Bilanzkosmetik des Vorstands nur ganz schwer beeinflusst werden. Er sagt uns also, was Sache ist im Unternehmen. Und auf TTM-Basis haben wir einen Free Cash Flow in Höhe von 5,5 Milliarden US-Dollar. Und wenn wir uns wieder die Sondereffekte 2021 und 2022 anschauen, dann ist das ein deutlicher Rückgang. Und er liegt auch leicht unter dem Niveau von 2020, was mir ehrlich gesagt nicht ganz so gut gefällt. Und bei Unternehmen, die auch Fremdkapital finanziert sind, muss man darauf achten, ob sie denn ihre Zinsen bedienen können. Deswegen schauen wir jetzt auf die Interest Coverage, die Zinstragfähigkeit. Und da haben wir ein Multiple von 25,2. Da muss man sagen, das ist bärenstark. Da braucht man sich definitiv keine Sorgen zu machen. Haken dran. Und jetzt machen wir weiter mit der Preis-Wert-Relation des Unternehmens. Aktuell müssen wir an der Börse für die Aktie der Abbott Laboratories 102 US-Dollar und 40 Cent bezahlen. In der Grafik sehen wir den 10-Jahres-Chart. In diesem Zeitraum hätte das einen jährlichen Kursgewinn von 11,3 Prozent bedeutet. Und wenn wir den Betrachtungszeitraum verengen auf ein Jahr, dann sehen wir einen Kursverlust in Höhe von 3,2 Prozent. Und damit schauen wir jetzt mal auf die Multiples oder Multiplikatoren. Und wir beginnen als erstes mit dem Verhältnis zwischen den Kursen und dem Free Cash Flows KCV, links in der Grafik. Auf TTM-Basis haben wir hier einen Wert in Höhe von 32,5 und im 10-Jahres-Vergleich ist das ziemlich hoch. Rechts in der Grafik sehen wir den Enterprise-Value im Verhältnis zum EBITDA. Hier liegen wir aktuell bei 21,0. Im 10-Jahres-Vergleich ist das im oberen Bereich und es liegt auch deutlich über dem Branchenbenchmark von 19,1. Für fundamental orientierte Anleger ist es wichtig, dass die Buchwerte pro Anteilsschein BPS Jahr für Jahr steigen, am besten mit einer Steigerungsrate größer 10 Prozent. In der Grafik links sehen wir, dass die Abbott Laboratories nicht jedes Jahr Steigerungen schafft. Und dass die meisten Steigerungen kleiner als 10 Prozent sind, aber seit 2019 geht es permanent aufwärts, sogar auf TTM-Basis. Und natürlich gefällt mir das. Viele Anleger interessieren sich auch für die Gewinne pro Anteilsschein. Die sehen wir rechts in der Grafik und auf TTM-Basis liegen die bei 2 US-Dollar und 93 Cent. Und auch hier gilt über 20, aber unter 21,22. Als nächstes schauen wir uns die Entwicklung der ausgeschütteten Dividenden pro Anteilsschein DPS links im Bild an. Auf TTM-Basis sehen wir einen Wert von 2 US-Dollar pro Anteilsschein und im gesamten 10-Jahres-Zeitraum konnten die Dividenden erhöht werden. Umgekehrt ist die Dividendenrendite mit 2 Prozent auf dem aktuellen Kursniveau nicht allzu hoch. Die Payout-Ratio zeigt uns, wie groß der Anteil des Free-Cash-Flows ist, der für die Bedienung der Dividende verwendet werden muss. Hier liegen wir aktuell bei 62 Prozent und für meinen Geschmack ist das schon deutlich zu hoch. Und damit schauen wir uns jetzt die Bewertung des Unternehmens an. Zwei Drittel der Analysten wollen die Aktien kaufen und ein Drittel möchte erstmal abwarten. Die Kursziele der Analysten liegen zwischen 104 und 136 US-Dollar pro Anteilsschein. Die Cash-Conversion-Rate, also die Fähigkeit des Unternehmens, Gewinne in Free-Cash-Flows zu verwandeln, liegt bei 1,1 und damit im Bereich, wo es Spaß macht. Bei der Free-Cash-Flow-Rate geht es um die Fähigkeit des Unternehmens, Umsätze in Free-Cash-Flows zu verwandeln. Hier haben wir aktuell einen Wert von 13,6 Prozent, leider rückläufig, aber immer noch gut. Vor der Abschätzung des inneren Wertes benötigen wir jetzt die sogenannte Margin of Safety, die Sicherheitsmarge. Und obwohl wir bei der Substanzwertquote einen 7,5-prozentigen Risikoaufschlag haben, landen wir insgesamt bei einer Sicherheitsmarge in Höhe von 11,25 Prozent eher im unteren Mittelfeld. Für die Abschätzung des inneren Wertes benutze ich jetzt ein Discounted Cash-Flows-Verfahren, allerdings in einer besonderen Ausprägung. Um die Prognose Unsicherheit zu reduzieren, benutze ich eine vierzügige Szenariorechnung. Übrigens, wem hier die Vorgehensweise genauer interessiert, dafür habe ich ein eigenes Methodenvideo gemacht, in dem ihr dann auch einen Excel-Rechner nachbauen könnt und das Video habe ich euch verlinkt. Und die Analyse wirft uns in drei der vier Szenarien innere Werte über dem aktuellen Kursniveau aus. Bei der 3,5-10-Analyse gehen wir von einer Haltedauer der Aktie von 3,5 oder 10 Jahren aus und dass wir in der Zwischenzeit die Dividende vereinnahmt hätten. Und in diesen Szenarien hätten wir jährliche Kursgewinne zwischen 0 und 11,6 Prozent realisieren können. Ein sehr modernes Instrumentarium zur Unternehmensbewertung ist der Economic Valuated, kurz EVA. Hierbei vergleicht man die Rendite auf das investierte Kapital mit den Kapitalkosten. Dabei liefert die Abbott Laboratories einen positiven Economic Valuated in Höhe von 3,22 Prozent. Meine finale Anlageentscheidung treffe ich jetzt im Rahmen der SWOT-Analyse. Auf der Stärkenseite sehen wir die Eigenkapitalrendite sowie die Current Ratio. Außerdem steigende Buchwerte pro Anteil scheinen ein sehr gutes Zeichen und einen positiven Economic Valuated. Wir haben starkes Wachstum im Substanzwert. Und wenn man die Covid-Sondersituation außen vor lässt, haben wir heute in den meisten Kennzahlen bessere Werte als vor Corona. Trotz der starken Verbesserungen des Substanzwertes ist der mehr insgesamt noch zu gering. Und insgesamt haben wir auch eine leicht negative Geschäftsentwicklung. Trotzdem sind die Rahmenbedingungen für das Unternehmen ziemlich gut. Als erstes die Demografie. Wir werden alle älter und damit werden wir auch kränker. Unterstützt wird das Ganze natürlich durch den medizinischen Fortschritt und insgesamt führt das zu einem starken Kostendruck im Gesundheitswesen. Nachdem die Abbott Laboratories sowohl Generika als auch Automatisierung anbietet, kommt ihr beides extrem entgegen. Insgesamt haben wir natürlich unsere Standardrisiken, die alle betrefften, Inflation und Rezession, genauso wie Supply Chain und die Zinssituation. Außerdem sieht man es in den Zahlen ganz deutlich. Die für die Geschäftsentwicklung sehr positive Covid-Sonderkonjunktur ist endgültig vorbei. Sind wir mal vorsichtig, zumindest bezüglich Covid-19. Und wenn man alles in Betracht zieht, stellt sich die Frage, sollte man die Abbott Laboratories kaufen? Ich denke, ja. Und damit stellt sich natürlich für mich die Frage, wie steht ihr eigentlich zur Abbott Laboratories? Schreibt mir es in die Kommentare. Das war meine Analyse auf meinem Kanal Money in the Box. Für euch wie immer kostenlos, hoffentlich nicht umsonst. Für euch wie immer kostenlos, hoffentlich nicht umsonst. Und an dieser Stelle wie immer meine Bitte an dich zur Unterstützung meines Kanals. Wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Am besten abonnierst du gleich den Kanal, dann versäumst du nichts. Ich freue mich natürlich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, gleiche Stelle, gleiche Welle. Tschüss, euer Gerhard von Money in the Box.